Wir sind jetzt bei meiner Oma und ich habe vergessen zu früh aufzunehmen, deswegen drehen wir alles jetzt aneinander. Und da ist meine Oma. Yay, ich mag nicht so schön. Ich mag nicht so schön. Ja, alles gleich. Hallo! So, also wir sind jetzt hier bei deiner Mutter. Mir ist so spät aufgefallen, dass man theoretisch das noch als Weihnachtsvideo reinkatten könnte. Den Baum haben wir jetzt so reingestellt. Ein Prachtexemplar vom Baum. In seiner voller Pracht steht der Weihnachtsbaum sehr episch. Wir mussten, weil der auch fast umgekippt ist, das Ding ja nochmal austauschen, ne Mama? Ja. Ja, cool, ne? Das war vor einer Stunde, das Gefühl. Ja, das stimmt. Boah, voll cool hier, ne? Sägespäne. Und das Ding haben wir auch noch weggehauen. Und wir haben einen Fuß dran und jetzt kommen die Lichterketten. Das muss mein Junge auch noch aufhängen. Ja. Wer hat das nochmal gebastelt? Das war Mami. Meine Mama. Marie-Christine. Das war Mami. 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 Wir sind wieder in einemiamen... Untertitelung des ZDF, 2020